mal schnell zu den auswertungen der videos mal ganz schnell gucken unsere wasser hier geht es darum dass ein mensch einen anderen hoch zieht und zwar mit einem flaschenzug goldene regel der mechanik man sieht ganz viele tragende seile hier so und jetzt wird das losgehen das sind sechs tragende seile das heißt wir brauchen nur ein sechstel der kraft um jemanden hochzuziehen und das sieht man jetzt gleich wie das los geht mal sehen hier ist sieht schon an das macht ein mensch ein einzelner zieht einfach einer dünnen strippe und siehe da es klappt ist deutlich zu sehen hoffe ich gut hier einer zieht gut jetzt mal sehen jetzt brauchen wir den nächsten so jetzt nächstes ding unsere wasserrakete das geht relativ schnell und ruckartig jetzt werden wir gleich noch die nächste betrachten noch eine wasserrakete achtung hier sieht man wie luft mit reingepumpt wird hier unten ist nur wasser drin drittel ist wasser langsam pumpen und dann irgendwann ist der druck so stark es geht noch besser das haben wir schon gesehen wir schauen uns noch was an jetzt bin ich moment ich mache pause so jetzt noch mal das ganze wir haben die kugel hochgeworfen in der rutsche die kam wieder runter und kommt jetzt hier vorbeigefiffen gleich noch mal damit was wir auswerten können probieren was noch mal und ich halte mal an jetzt muss man bloß versuchen bild für bild hinzukriegen das dürfte uns dürfte uns aber ein bisschen schwer fallen wenn ihr die kugel sieht jetzt sagen das ging zu schnell gegen ende so jetzt werden wir versuchen ein bild weiter zu schalten wir merken uns mal hier die marke wir sind ziemlich genau in der mitte hier da fängt rot an da ist die kugel und das nächste bild 12 14 zentimeter 15 zentimeter einverstanden notiert mal schnell 15 zentimeter 15 zentimeter das war die geschwindigkeit des ausgangs ok noch das nächste ich mache noch mal pause so ich muss dieses video hier schnell mal abschließen und macht dann im nächsten weiter